Mein Name ist Bianca Feller, ich bin 23 Jahre alt. Das duale Studium zur Bachelor of Arts habe ich 2010 begonnen und im Jahr 2013 abgeschlossen. In meiner Freizeit fahre ich gerne Fahrrad oder gehe schwimmen. In der restlichen Zeit treffe ich mich gerne mit Freunden, zum Beispiel zum Wellness oder zum Badminton. Ich habe mich nach dem Studium für die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg entschieden, weil es mir besonders gut gefällt, dass man von allen Seiten Unterstützung bekommt, jetzt von den Kollegen und damals von den Ausbildern. Besonders gut bei der Deutschen Rentenversicherung gefällt mir, dass es eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis gibt. Gerade durch die lange Praxisphase ist man sehr gut auf die Arbeit nach dem Studium vorbereitet. Ich kann das Studium bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg nur weiterempfehlen, weil sie ein sehr guter Arbeitgeber ist und sie ist sich bewusst, dass jeder einzelne Auszubildende ein Mitarbeiter von morgen ist.